Hallo Leute und Willkommen zurück zu Online Sucker Manage Ja und ich habe es tatsächlich geschafft heute auch aufzunehmen Ich habe gestern bereits angekündigt, wenn ich nicht mal richtig aufstehe Es ist gerade 7.30 Uhr, ich darf in 10 Minuten zu fahren gehen Dann nehme ich in der Früh so einen kleinen süßen Part auf So wie jetzt eben, der geht zu wahrscheinlich 5,7 Minuten langsame Benkel Wir setzen uns ab 3... was? Acht Punkte schon vorne, nein, das ist nice, das ist wirklich nice In einem Punkt hinter Hamburger SV Das ist natürlich ne nice Geschichte Hamburger SV, ja genau Er wurde Cody So, gut Als erstes mal, wir haben hier unseren Sturm umgebaut Ist dieser auch erfolgreich gewesen Zumindest Sonheim Min Drümmütsch hat einen Elfer vergeben Das ist natürlich nicht ganz so nice Aber egal, egal, guck er sammeln die Sponsoren Oh Das werden wir aber wieder mit Entsponsoren gesucht werden Oh Ich kann so scrollen Cool, das habe ich hier gar nicht gewisselt Sooo, tuto Oh ne, vorher bitte mal in die Aufstellung Dann muss er hier mal schauen, wo man steht, Freunde Ist es real? Ist es real? 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 Real love Real love Ist es real? Real? Real love 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 Galvin, das ist zwar fast brav Aber heute auch Ohja So, jetzt machen wir mal bei Rabiaf 100 Uuuuuh Jambers auch Und Toprak sollten wir vielleicht doch in die Standerstellung stellen Okay, wer vielleicht nicht so parkiert, ist ja zu. Nur ne Meinung von mir. So, und bringen wir Papadoplas mal in die. Wäre vielleicht sinnvoller. Und vielleicht feiner. Oder soll ich lieber Zeche bringen? Hallo! Okay, gut. Gibt's hier irgendwas Neues? Ja, nein, weiß nicht. Worauf bist du? Ja, so ist es geil. Oh, jo. Ja, ganz klar. So.. Ich bin fertig. pulse,ر Ich muss mir mal ganz kurz hier die Konferenz anziehen. Ok... 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 Mhm... Ok... Wtf... Das sind komisch, wie er geht. Das ist ja wirklich komisch. Freundschaft. Genau, wir müssen uns eine Freundschaft Schwung machen, Freunde. Wir brauchen Action in dem Part, wir brauchen... Ah... Orsion... Ok, gut, ich mach was anderes. Ich weiß, was ganz cool ist. Ähm... Warum werde ich immer vom Moderator weggehauen? Ah... Ich weiß, warum. Ähm... Ich glaube, es ist wieder... Erhe-Moderator... Wenn es so ist, dann weiß ich jetzt endlich, warum. Na komm... Na komm... Ok... Ja, ok, gut. Ähm... Ich weiß jetzt, warum... Du... Im... 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 Im...